Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 hier auf der schönsten Kalmsten Farm. Ja, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Wir machen hier im Prinzip weiter. Der Cosplayhelfer hat hier schon einiges getan, nämlich das Feld hier fertig gezettert. Das heißt, wir werden jetzt mit dem Zetter nach Hause fahren und uns auf jeden Fall den Schwader anhängen. Das ist nämlich das große Ziel, was wir jetzt vorhaben. Und auch da an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank auch für all eure geilen Kommentare. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Auch die Vorschläge und so, das werden wir auch alles nach und nach hier ausprobieren. So, warte mal, ich muss einmal ganz kurz gucken. Ja, ich parke das alles bei Feld 3 erstmal. Ähm, das werde ich auch alles ausprobieren. Ähm, genau. Und, äh, ja, jetzt geht's erstmal los. Der Kollege ist auch fertig. Was wollte ich denn mit dem dann gleich nochmal machen? Ähm, hier ist ja jetzt, guck mal, hier ist ja jetzt eigentlich alles fertig, ne? Ernteergebnis 83 und gedüngt 100%, das passt. Okay, ähm, dann fahren wir den auch zu Feld 3 erstmal. So, dann haben wir den, der macht da weiter. Und wir sind hier noch mit dem... Ah, wir sind ja hier noch mit dem Mischration beschäftigt, ne? Ah, ja, 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 ich erinnere mich. So, den Kollegen, den können wir ja jetzt erstmal wegfahren. Ähm, die Frage ist halt nur, wo parken wir den hin? Oh, da kommt der nächste. Ähm, kommt der da durch? Bleibt wahrscheinlich auch stehen, ne? Ähm, müssen wir den erstmal versorgen. Und, äh, ja, Leute, denkt bitte dran, ne? Gerne, äh, ein Däumchen dalassen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Das wäre auf jeden Fall eine Freude. Ja, nicht wundern, äh, ich bin ein bisschen erkältet. Und Quarantäne und so ein Scheiß, ihr wisst Bescheid. Und von daher, ja, aber alles entspannt. So, äh, wo parken wir den? Den, den, glaube ich, würde ich tatsächlich erstmal wieder oben an Dings, äh, da an das Feldrennen stellen, ne? Den fahren wir da oben erstmal halt wieder hin. Auf ganz entspannt da oben aufs Feld. Da stört's ja erstmal nicht, ne? Dann können die Kurse weiterfahren. Und wir sind dann ready für die nächste Ballen-Action. Wobei ich fast am überlegen bin, ob der nicht ein bisschen zu groß ist, ne? Aber andererseits muss ich natürlich auch ganz klarerweise sagen, hat der echt gute Dienste erwiesen, hier mit dem, mit der Strohparty, ne? Da war der echt, echt Gold wert. Aber ich glaube, hier können wir den erstmal zwischenzeitig parken. Ähm, achso, es gab auch noch einen Kommentar. 900.000 Kredit aufgenommen. Ja, ich weiß, wird aber natürlich selbstverständlich auch wieder zurückgezahlt, ne? Ist ja, ist ja klar. So, achso, äh, zack. Motor wieder an. Und dann fahren wir mit dem mal hier wieder zurück. Würde ich sagen. Würde ich sagen, packen wir das erstmal hier, hier hinten rein. So. Äh, ach nee, jetzt muss ich den echt wieder aufklammen. Das will ich aber nicht. Ich lass den jetzt hier erstmal stehen. Genau, und dann gab's, gab's noch das Kommentar, dass wir ja bei den Schafen, ja, eigentlich nur, ähm, dass wir da am besten halt nur, ähm, Dings hinpacken. Also, Grasballen. Das ist natürlich auch der Plan, beziehungsweise, das mach ich ja auch, ne? Wir haben ja auch das erste Mal da halt Gras gemacht, weil das geht natürlich auch am Anfang wesentlich schneller, ne? Ist ja, ist ja logisch. Deswegen, ähm, genau, haben wir da Gras auf jeden Fall bei den, äh, Schafen. Und bei den Kühen brauchen wir halt alles andere auch, ne? Also auch Heu und so. Es ging halt nur darum, dass die Schafe ja theoretisch beides können. Also Heu und Gras. Aber Gras natürlich, äh, ja, einfacher und schneller geht. Weil Stroh haben wir für die Kühe ja ohnehin schon. Genau. Also alles, alles entspannt hier, ähm, ja, wird auf jeden Fall weiterhin lustig werden. So, dann fahren wir den wieder zu Feld 10. War das doch, ne? Der, ah ja, hier unten Feld 10, perfekt. So, ähm, dann haben wir das geregelt. Wunderbar. So, hier kann das jetzt erstmal wieder wachsen. Hier, das Feld 4, das Feld 15. Was haben wir denn auf Feld 15? Ach, das ist die, äh, das ist die, äh, Kuhweide. Lul. Okay, perfekt. Das ist die Kuhweide. Das heißt, das ist auch am Start. Ja, im Prinzip können wir jetzt aktuell halt wirklich nichts machen, ne? Also nicht wirklich viel. Hier haben wir vorbereitet. Hier wächst erst alles, glaube ich. Da haben wir Raps hingemacht. Naja, perfekt. So, ja, jetzt müssen wir tatsächlich erstmal irgendwie schauen, dass wir Kohle reinkriegen. So, ähm, gut. Jetzt werden wir mit dem erstmal, mit dem werden wir jetzt erstmal einen Kurs erstellen. Job erstellen, CP, CP generieren. Äh, huch. Äh, wir machen mal Vorgewende 1. Ach so, warte mal, ich muss mal wieder raus. So, hier. Temporärer Kurs. Feld 10 mit dem hier. Äh? CP Feldarbeit. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Muss ich hier weiter aufs Feld drauf? So, Job erstellen. So. Ah, geil. Sammeln und wickeln, der Ballen geht auch. Erster Wegpunkt, so. Jetzt habe ich es, glaube ich, ganz kaputt gemacht, oder? Ah, ne, jetzt hier, äh, Kurs generieren. Dann sagen wir, aber er hat jetzt hier, warte mal, hä? Er hat jetzt hier doch das Feld gar nicht, gar nicht drin. Was ist denn jetzt das Problem? So, Helfer, ne, nicht den Helfer, sondern ich möchte hier, Job erstellen. Jetzt, CP Feldarbeit. Jetzt hat er das, jetzt hat er das, äh, Feldumrandung, die Feldumrandung drin. Das ist nämlich das, was wir brauchen. Weil dann können wir nämlich hier sagen, Kurs generieren. Dann machen wir mal, ähm, Fahrzeuge auf dem Feld ist nur eins. Dann machen wir mal zwei. Ah, sieht halt scheiße aus, ne? Drei Bahn. Vier mal Vorgewände. Sieht aber eigentlich... Ne, wir machen das mal auf drei. Ändert sich eigentlich nichts, ne? Ja, komm, dann machen wir vier, viermal Vorgewände. Starten wir den Job. Und, äh, wir haben hier eine Arbeitsbreite von... Lass mich schnell mal gucken. Also, ich bin auch manchmal ein bisschen, äh, lost hier. So, Arbeitsbreite von 8,40 Meter. Na, das fängt ja schon mal gut an hier. Ähm, oder? What are you doing? So, ich fange mal beim ersten Wegpunkt bitte an, ja? So, achso, er will drehen, ne? Okay, ich verstehe, er will drehen. Dann helfe ich ihm mal kurz. Ja, das ist... Das ist immer ein bisschen chaotisch. So, jetzt aber hier. Erster Wegpunkt und los. Sehr schön. So, wir haben 4, äh, 8,40 Meter, hab ich gesagt, ne? Das heißt, wir sind auf Feld 10 und speichern den Kurs, äh, Schwaden, äh, Schwaden, 8,40 Meter. Okay, gut, dann haben wir das auch. Siehst du. So. Ähm, den Kollegen hier. Mit dem haben wir ja jetzt erstmal das Feld hier soweit ready gemacht. Äh, warte mal. Das Feld hier oben, ne? Wo sind wir denn hier? Feld 4. Was ist da denn überhaupt mit? Ach, das ist schon fertig, ne? Ach, da waren wir ja. Lul. Er ist nur hier hinten rumgefahren. Okay, perfekt. Äh, gut. Dann haben wir das. Wir könnten natürlich mit ihm jetzt hier. Das Feld bei den... Bei den Kühen. Die Wiese. Die... Das Ding ist halt nur, ich weiß nicht, sollen wir die Felder bei den... bei den Tieren mitbenutzen. Eigentlich sind die ja dafür gemacht, oder nicht? Das irritiert mich so ein bisschen aktuell. So. Dann stellen wir den mal eben hier ab erstmal. So. Und dann... Achso, der macht noch Vorgewende. Ich dachte gerade, was will er hier? Ja, aber das ist eigentlich das Vorgewende, was wir ja überarbeitet hatten. Okay, alles gut. Achso, nee, mit dem... Äh, mit dem... Mit dem hier. Können wir mal kurz den Futtermischwagen vielleicht anhängen. Das wäre mal eine Idee. Ist natürlich jetzt nicht der größte Schlepper dafür, aber ich glaube, das könnte... Könnte funktionieren. Ich glaube, das könnte mit dem auch ganz gut funktionieren. Boah, Leute, so langsam... Also, ich glaube, wenn man die Kurse wirklich alle drin hat, ne? Dann ist das echt eine geile Sache, weil man dann wirklich nur noch die Fahrzeuge auf die Kurse schicken muss, so theoretisch gesehen, ne? Das ist halt schon... schon nice. So, kurz mal Headtracking richten. So, jetzt schauen wir mal. Kann ich den hier anhängen? Hat er genug Leistung dafür? So, was habe ich denn jetzt hier überhaupt drin? Ist das schon Mischfutter oder ist das noch... Ah, nee, da fehlt ja noch Heu. Ja, ja, da fehlt noch Heu. Das ist ja das Problem, was wir hatten. Äh, okay. Dann machen wir folgendes. Dann habe ich die nächste Idee. Dann habe ich die nächste Idee. Und zwar versuche ich mal mit dem hier zumindest schon mal die Allenpresse rüberzufahren. Zu dem Feld. So, und außerdem ist sie denn hier auch aus dem Weg. Das wird hervorragend, Freunde. Das wird ja mega geil. So, das kann hier erstmal rausgehen. Raus alles. Oder kann ich mit dem... Kann ich mit dem schon Ballen pressen? Rein theoretisch? Guck, testen wir gleich mal. Weil wenn das mit dem schon geht, ey, dann Feuer frei. Dann mache ich schon mal... Fange ich schon mal mit dem Kollegen hier an. Das wäre ja richtig Entspannung pur. Das wäre mega gut. Ich weiß auch noch nicht, wo ich diese Fenster hier lasse. Vielleicht packe ich die auch hier hin. Vielleicht packe ich die auch hier hin. Ich glaube, das Fenster hier von Autodrive... Oh Gott, warte mal. Oh, stopp, stopp, stopp. Äh, kann ich das nicht noch ein bisschen... Äh, vergrößern. War doch hier irgendwo. Warte mal. Ah, hier war da, glaube ich, war das... Ich mache das mal auf. 100. Aha. Ah, jetzt kann man da auch was lesen. Aber gut, das würde ich, glaube ich, mal tauschen. Weil nämlich die Lenkradcam da drüber ist. Jetzt könnt ihr da halt auch besser was sehen. Ja, okay. Das macht, glaube ich, viel mehr Sinn. Vielleicht machen wir das auch... Warte mal, ich mache das nochmal auf ganz kleinen Mühe. Auf 80. Ja, so würde ich sagen, ist in Ordnung. Weil sonst haben wir halt auch einfach immer so viel im Blick, weißt du. Das ist halt auch dann doof. Aber so, glaube ich, hat das eine coole Anordnung. Weil dann ist alles unten, was wir brauchen, alles Wichtige. Genau. Das ist, klingt doch und ist doch ein guter Plan, würde ich sagen. Ah, hier ist das Feld ja schon, Lull. Äh, bin ich jetzt dran vorbeigefahren? Ich glaube schon. Ich glaube, ich komme hier rum nicht da rein. Weil hier ist die Pforte... ...für das andere. Aber da kann ich ja mal ganz kurz drauf drehen. Ja, aber wo ist... Ist da... Gibt es denn da auch eine Einfahrt? Nicht, dass ich jetzt hier... ...keine Einfahrt habe. Das wäre ja auch Käse. Gibt es hier eine Einfahrt? So. Ah ja, hier. Hier vorne direkt. Zack. Sehr gut. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir mit dem direkt die Ballen auch pressen können. Aber es sieht soweit erst mal ganz... Äh, warte mal. Ich sollte den vielleicht auch senken. So. Dann könnte das auch was werden. So, was hat er jetzt davor? Ich fahre mal aus dem Weg. Und klau ihm das hier auf jeden Fall schon mal. Warte mal. Habe ich da bei dem? Stopp mal. Ist das der... Richtige? Zack. Äh, hallo. So. Ah nee, kann nicht nur Job abbrechen. Warte mal. Ah, jetzt muss ich mich umorientieren hier. Stopp mal. Äh, dann gehen wir da nochmal rein. Weil ich habe das Gefühl... Wie kann ich den denn bearbeiten hier, den Kurs? Schwaden. Äh. Äh, äh, äh. Ich will den... Nee, das will ich nicht. Warte mal. Wie geht denn das? Völlig lost. Job erstellen. So. So. CP generieren. So, wir haben doch hier keine... Äh, keine... Dings. 2,70 Meter. Wir haben doch hier 4,80. Arbeitsbreite. So. Feldkurs generieren. Ja. Da wird da ein Schuh draus. Dann brauche ich auch nur vielleicht dreimal Vorgewende. Ja. Okay. Job starten. Und wir speichern den... Und wir speichern den... Kurs speichern auf dem... Ja. So. Ich glaube, da wird eher ein Schuh draus. So, aber wir machen hier trotzdem mal weiter und gucken mal, ob wir hier vielleicht schon, äh, die erste... Oh, nice. Die erste Balle rausbekommen. Sieht auf jeden Fall... Huch, danach raus. Oh, er ist schon voll... Okay. Okay. Dann haben wir jetzt die erste... Die erste Heuballe. Ja, nice. Ja, sehr nice. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass... Dass er uns da nicht, äh, in die Quere kommt. Ich schiebe die mal eben ein bisschen zur Seite. Dann, äh... Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen weg vom Kurs. Nicht weiter tragisch. Ich fahre mal ein Stückchen weiter, bis der dann halt da ist. Was auch immer wir da eingestellt haben mit dieser Arbeitsbreite. Also, das, äh, passte ja vorne und hinten nicht. So, wer gegen wen? Ich bin voll. Hahaha. Mal gucken, ob der... Ob der da Probleme macht. Aber ich hoffe nicht. Ja? Wo ist die Balle denn? Warte mal. Ah, da ist er. Oh, oh. Oha, aber... Alles kein Problem gewesen für ihn. Wunderbar. Ja, sehr schön. Dann pressen wir hier weiter, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn du Bock hast. Schalte auf jeden Fall wieder ein. Und, äh, dann geht's hier auf jeden Fall weiter mit dem LS22 auf der Kalmstenfarm hier auf meinem Kanal. Lass mir liebend gern ein Däumchen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und, äh, ja. Schalte gerne in der nächsten Folge wieder ein. Abonnier den Kanal auch gerne, um nichts weiter zu verpassen. Das wäre auf jeden Fall wichtig und richtig. Und, äh, ja. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut. Euer Bauer. Ciao, ciao. Ciao, ciao.